Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Mitglieder des Stadtrats, liebe Menschen im Stream und hier im Rathaus. Nehmen Sie es mir nicht übel, dass ich mich per Video mit Ihnen in Verbindung setze. Der Punkt wird wahrscheinlich gerade so weit hinten auf der Tagesordnung behandelt, dass ich nicht mehr bei Ihnen bin. Der Titel des Antrags der Dissidenten lautet Datenschutzwidrige Nutzung städtischer Facebook-Auftritte beenden. Und fasst damit den Antrag an sich schon sehr gut zusammen. Die Landeshauptstadt Dresden möchte in Kontakt treten mit den Bürgerinnen und Bürgern, möchte sie informieren. Das ist ein sehr löbliches Anliegen, da gibt es gar nichts dagegen zu sagen. Die Information auf Kanälen wie Facebook ist umfangreich und gut gestaltet. Das heißt, auch hier kann man der Stadtverwaltung wirklich nur ein ausdrückliches Lob aussprechen. Kommen wir also zum Knackpunkt, denn die Intention ist gut, die Gestaltung ist gut, aber der Kanal und in dem Falle ein städtischer Facebook-Auftritt, der ist es nicht. Wenn Sie Facebook privat nutzen, dann ist das Ihre freie Entscheidung. Tun Sie das als Verein oder als Initiative, ist das vollkommen verständlich. Als eine Partei oder Fraktion des Stadtrates kommen wir hier schon in einen Graubereich, den wir aber spätestens als öffentliche Stelle, und das ist die Landeshauptstadt Dresden, überschreiten. Denn die Aufgabe einer Kommune ist es, die persönlichen Rechte ihrer Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Und das gilt auch für Rechte der Privatsphäre und der Datensicherheit. Indem Dresden via Facebook-Fanpage mit den Bürgerinnen und Bürgern Kontakt aufnimmt, nimmt sie billigend in Kauf, dass deren persönliche Daten an den Metakonzern übermittelt werden. Wie die Daten erhoben werden und an wer weiß, wen sie weitergereicht oder verkauft werden, kann die Stadt Dresden nicht nachvollziehen. Laut DSGVO sollte sie das aber können. Die Konsequenz erscheint uns als Dissidenten recht logisch. Die Stadt Dresden sollte keinen Kontakt via Facebook mit den Bürgerinnen und Bürgern aufnehmen. Und darum dieser Antrag. Da es zugegebenermaßen immer recht unbefriedigend ist, etwas abzuschaffen, ohne eine Alternative anbieten zu können, haben wir im Punkt 2 des Antrags genau das gefordert. Dresden soll sich dafür einsetzen, eine datenschutzkonforme Social-Media-Plattform zu nutzen, um mit den Bürgerinnen und Bürgern Kontakt aufzunehmen. Jetzt weiß ich, dass Datenschutz, Privatsphäre, Datensicherheit ein sehr komplexes und schlecht greifbares Thema ist. Ich habe mir deswegen etwas überlegt, wie ich sie vielleicht besser abholen kann. Schwimmbäder. Die Dresdnerinnen und Dresdner möchten gern schwimmen gehen, sie möchten baden, sie möchten planschen. Und sie als Stadtrat wollen das natürlich der Bürgerschaft ermöglichen. Das ist sehr löblich. Jetzt kommt ein ausländischer Anbieter, nennen wir ihn einmal Facebarf, und wendet sich mit einer Nachricht an den Stadtrat und sagt, Hey, lieber Stadtrat, liebe Landeshauptstadt, ich baue euch ein richtig tolles Schwimmbad in das Herz der Stadt. Ja, städtische Zuschüsse brauche ich nicht. Das finanziere ich alles selbst, ist alles kein Problem. Und wenn das Bad fertig ist, dürfen alle Dresdnerinnen und Dresdner umsonst bei mir baden gehen. Der erste Gedanke, der Ihnen in den Kopf steigen würde, wäre, das kann gar nicht seriös sein. Und darum würden Sie Fragen stellen. Herr Wirz von der Linken würde sich nach den baulichen Gegebenheiten erkundigen. Die CDU würde fragen, wie sich das denn bitte rechnen soll. Die Grünen würden nach dem Nachhaltigkeitskonzept fragen. Die SPD nach Barrierefreiheit, die FDP nach Parkplätzen und Herr Lippmann würde wissen wollen, wie warm das Wasser ist. Das Unternehmen Facebarf würde sich all diese Fragen anhören, um dann auf alle mit der gleichen Antwort zu reagieren. Nämlich, das ist mein Geschäftsgeheimnis, das sage ich euch nicht. Und diese Meldung und diese Entscheidung, sie wäre richtig, denn sie wäre verantwortungsbewusst. Ich bitte Sie daher, stimmen Sie dem Antrag der Dissidenten zu, entscheiden Sie richtig und entscheiden Sie verantwortungsbewusst, auch wenn es hier um ein so langweiliges Thema wie Datenschutz geht und nicht um so etwas Spannendes wie ein neues Schwimmbad. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.